Das größte ChatGPT-Update des Jahres wurde veröffentlicht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unseren eigenen GPT zu erstellen und das Dashboard von ChatGPT wurde komplett überarbeitet, sodass es viel einfacher ist zu nutzen. Es wurden auch die Funktionen verschiedener Elemente von ChatGPT zusammengefügt, sodass wir jetzt in nur einem Chat gleichzeitig Bilder hochladen, Dateien analysieren und im Web surfen können. Ich würde sagen, ich zeige dir jetzt einmal das neue Dashboard, die ganzen Updates und dann erstellen wir gemeinsam einen eigenen GPT. Let's go! So, ich habe mir jetzt einmal das neue Dashboard hier geöffnet und schau dir doch mal an, wie schön und clean es schon auf den ersten Blick aussieht. Was als erstes auffällt, ist, dass wir die Auswahl zwischen den GPT-Modellen nicht mehr hier in der Mitte haben, sondern jetzt in der linken Ecke. Wenn wir hier einmal draufklicken, dann sehen wir hier einmal das GPT-4-Modell mit Dolly, dem Web-Browsing und der Datenanalyse quasi alles in einem. Zusätzlich können wir natürlich hier auch zu GPT 3.5 wechseln für eben alltägliche Aufgaben. Was wir zum aktuellen Zeitpunkt noch separat haben, sind eben die Plugins. So, hier kannst du dann einfach zwischen den einzelnen Modellen wechseln. Dann haben wir hier die Möglichkeit, die Sidebar zu öffnen. Und jetzt wird es wirklich sehr interessant. Du kannst einmal mit einem Klick hier auf den Stift einen neuen Chat erstellen, zum Beispiel hier mit dem GPT-4-Modell und kannst dann gleichzeitig im Internet surfen, gleichzeitig Bilder anhängen oder auch Daten analysieren, deine Prompts eingeben, so wie du es eben gerne nutzen möchtest. So, und dann haben wir den Punkt hier Explore. Und jetzt kommen wir wohl zum größten Update aller Zeiten. Und zwar haben wir ab jetzt die Möglichkeit, eigene GPTs zu erstellen, angepasst auf unsere eigenen Bedürfnisse. Du siehst, hier weiter unten gibt es schon fertige GPTs von OpenAI. Du siehst, du kannst verschiedene GPTs hier auswählen mit verschiedenen Funktionen. Da kannst du dich gerne mal durchklicken, das Ganze mal testen. Wir werden jetzt aber Schritt für Schritt unseren eigenen GPT erstellen. Und da ich mich jetzt schon seit Längerem intensiv mit TikTok befasse und eben virale Videos mit KI erstelle, brauche ich natürlich einen TikTok-Experten an meiner Seite, der mir virale Videoskripte schreibt oder vorhandene virale Videoskripte umschreibt, um sie einzigartig zu machen und sie eben auch noch zu verbessern. Plus, ich brauche klickstarke Titel und ich brauche natürlich einen Avatar, der mein Videoskript hinterspricht. Diesen Avatar generiere ich mit MitJourney und ich möchte, dass mein TikTok-Experte mir dann auch noch den genauen Prompt gibt für eine Beschreibung, für einen Sprecher, der eben perfekt für dieses Videoskript passt. Und genau so werden wir jetzt unseren eigenen GPT konfigurieren, dass er uns diese ganzen Informationen gibt. Dann würde ich sagen, lass uns jetzt auch loslegen. Wir klicken hier einmal auf das Plus und dann siehst du hier einmal auf der linken Seite den GPT-Bilder und einmal hier auf der rechten Seite die Preview bzw. die Vorschau. Jetzt möchten wir erstmal auf Deutsch schreiben und nicht, dass die ganze Kommunikation hier auf Englisch stattfindet. Deswegen sagen wir jetzt, schreib auf Deutsch. So, verstanden. Wir werden ein GPT auf Deutsch erstellen. Wie soll dieser GPT sich verhalten oder was soll seine spezielle Fähigkeit sein? So, wir haben ja im ersten Schritt gesagt, wir wollen einen TikTok-Assistenten erstellen. Das heißt, wir sagen, agiere als Experte für TikTok und drücken einmal die Enter-Taste. So, jetzt wird unser GPT schon geupdatet mit unseren ersten Informationen. Jetzt warten wir einen kleinen Augenblick. So, und jetzt schlägt uns GPT automatisch schon einen Namen vor. In dem Fall TikTok-Guru. Ich sage ja, gefällt mir. Plus, wir kriegen auch schon ein kleines Profilbild. Und wie du siehst, hier hat sich jetzt in der Preview schon mal der Name und das Profilbild aktualisiert. Wie cool ist das? In dem Fall gefällt mir das Profilbild auch der Name. Deswegen schreibe ich, gefällt mir. So, und du siehst, jetzt werden uns auch immer weitere spezifischere Fragen gestellt. Jetzt sollen wir einmal beantworten, was genau denn unser Ziel auf TikTok ist. Und für mich ist es ja das Ziel, virale Skripte für TikTok-Videos zu schreiben. Und keine Sorge, die ganzen Antworten, die wir hier geben, sind noch sehr oberflächlich. Wir werden das Ganze gleich noch verfeinern. Jetzt wird unser GPT wieder geupdatet. So, jetzt haben wir die nächste Frage. Soll der TikTok-Guru proaktiv nach weiteren Informationen fragen, wenn eine Anfrage unklar ist? Oder er versuchen, auf Basis der vorhandenen Informationen zu antworten? In dem Fall würde ich sagen, bei Unklarheiten nachfragen. So, bei Unklarheiten soll nachgefragt werden. Leicht und einfach schreiben. So, jetzt bekommen wir noch die Bestätigung, dass der TikTok-Guru einsatzbereit ist und dass wir ihn noch testen können. Wie sind unsere Erfahrungen? Ich schreibe jetzt erstmal einfach hier nur Danke. So, hier stoppe ich das Ganze nochmal. Wie gesagt, Nachricht senden. Manchmal muss man zweimal hier klicken. Es ist noch ein bisschen verbuggt. Und jetzt wäre unser TikTok-Guru, unser GPT, wenn wir hier auf Explore gehen, hier auch schon in der Liste. Allerdings ist er jetzt noch nicht darauf ausgelegt, die Aufgaben zu erfüllen, die wir ja eigentlich erfüllt haben wollen. Das heißt, wir müssen jetzt unseren GPT noch weiter konfigurieren. Dazu klicken wir einmal auf Edit und gehen hier einmal auf Konfigurieren. Und du siehst, hier haben wir jetzt schon verschiedene Einstellungen. Wir haben eine Beschreibung, einen Namen, Conversion Starter und halt die Funktionen, eben Websuche, Bildgenerierung und Datenanalyse. Was ich aber jetzt mache und das kennt man auch schon ein bisschen von den Custom Instructions, dass ich hier die Anweisungen, die hier stehen, einmal rauslösche und eigene Anweisungen hinzufüge. Dafür habe ich einen relativ komplexen Prompt entwickelt. Den werde ich dir einmal zeigen. So, das hier ist der komplette Prompt bzw. meine Anweisung. Die kopiere ich mir einmal und lösche die vorhandene raus, kopiere die andere rein. Jetzt siehst du, hier ist das Ganze sehr umfangreich. Hier erkläre ich wirklich nochmal im Detail, was für eine Aufgabe mein GPT erfüllen soll. Ja, ich weise auch mehrmals darauf hin, wie hier noch einmal. Und wichtig, das solltest du auch unbedingt machen, um eben die besten Ergebnisse zu bekommen. Da ich ja jetzt bereits schon einige TikTok-Videos erstellt habe und auch weiß, welche Skripte gut funktionieren und wie da auch so ein bisschen der Stil ist von diesen Skripten, werde ich jetzt zusätzlich, und das ist das Geniale an den GPTs, hier noch zusätzliche Daten hochladen, damit hier mein GPT weiß, wie meine Skripte aufgebaut sind, die gut funktionieren und auch wie meine Avatare aussehen, die bis jetzt gut funktionieren. Damit liefere ich eben mehr Daten und werde hinterher auch bessere Ergebnisse bekommen. Das Ganze machen wir super einfach, indem wir folgendes tun. Ich habe hier einfach einmal drei Videoskripte in eine PDF gepackt und werde diese PDF jetzt hier hochladen. Das geht ganz einfach, Upload File, hier habe ich das im Ordner gepackt, Videoskript, PDF, so. Jetzt lade ich noch zwei Bilder von meinen Avataren hoch, damit er einfach so ein Beispiel hat, wie die aussehen. So, diese Conversion Starter, die lösche ich raus, weil ich möchte einfach nur hier den Punkt Start haben. Warum ich das so mache, werde ich dir gleich auch zeigen. Wir klicken jetzt hier, ganz wichtig, wenn wir hier Änderungen vornehmen, haben wir hier noch die Möglichkeit, das Ganze nur für uns zu veröffentlichen oder auch für andere zugänglich zu machen. Das bedeutet, hier haben wir die Möglichkeit, dass wir diesen GPT mit anderen teilen über einen Link. Und hier ist er eben Public und wird dann später auch im Store erscheinen, weil OpenAI hat auch angekündigt, dass es ein Store für diese GPTs geben wird. In dem Fall veröffentliche ich das Ganze hier aber nur für mich, gehe einmal auf Bestätigen. Jetzt haben wir hier schon mal unseren TikTok-Guru. Und ich würde sagen, wir klicken einfach mal auf Start und schauen mal, was passiert. Und das ist richtig cool. Möchtest du, dass ich ein vorhandenes Skript umschreibe oder soll ich ein neues Skript zu einem bestimmten Thema erstellen? In dem Fall möchte ich, dass mein TikTok-Guru ein Skript umschreibt. Also werde ich ihm jetzt das Skript geben, das Skript mal eben schnell kopiert, schreibe hier dann umschreiben und gebe hier das Skript ein. So, und jetzt pass auf, was passiert. Perfekt, ich werde das Skript umschreiben und die erforderlichen Elemente erstellen. Hier ist das umgeschriebene Skript. So, Top 7 Fakten über stille Menschen. Okay, perfekt. So, jetzt bekomme ich zusätzlich drei klickstarke Titel für das Video. Jetzt bekomme ich eine Bildbeschreibung für die Sprecher mit meiner genauen Angabe, damit ich es eins zu eins im Mid-Journey kopieren kann. Okay, ich muss halt diesen Prompt noch auf Englisch formulieren. Und was mein GPT jetzt zusätzlich macht, er generiert mir hier im Fenster jetzt auch noch die Bilder. Das heißt, wenn die gut sind, kann ich die gleich direkt nutzen. Ja, dann muss ich nicht mehr zum Mid-Journey wechseln. Und die sind tatsächlich schon ganz gut, allerdings noch nicht im richtigen TikTok-Format. Gefällt mir aber schon sehr gut. Jetzt schreibe ich noch mal einmal Bilder bitte im TikTok-Format. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Weil Größenangaben funktionieren eben noch nicht. Deswegen versuche ich das immer so ein bisschen zu umschreiben im TikTok-Format. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, perfekt. Und jetzt funktioniert es auch. Und jetzt haben wir auch die richtigen Bilder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Bilder sind schon richtig gut. Ja, ich bin echt beeindruckt von dem Ergebnis und wie viel Zeit ich mir damit jetzt spare, weil sonst habe ich die ganzen Schritte eben einzeln gemacht. Und jetzt habe ich es alles in einem Fenster innerhalb von wenigen Minuten erstellt. Ja, hast du das neue Update schon getestet? Hast du schon deinen eigenen GPT erstellt? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich werde dir jetzt hier auf der rechten Seite noch ein weiteres Video von mir verlinken, wo ich zeige, wie ich innerhalb von 10 Minuten über 30 Social-Media-Grafiken mit ChatGPT und Canva erstellt habe. Das ist auch nochmal richtig genial, weil damit kannst du nämlich dein Social-Media-Marketing auch nochmal komplett automatisieren. In dem Sinne, ich wünsche dir maximalen Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Video, deine Katharina. Ciao, ciao!